Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Tipp Firefox Einstellungen im Tab. Zu den Firefox Einstellungen gelangt man wie folgt. Man geht über das Menü bearbeiten und klickt auf den Eintrag Einstellungen. Dann wird ein weiteres Fenster geöffnet und man kann hier seine Einstellung tätigen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, um zu den Einstellungen zu kommen. Und zwar über ein Tab. Man gibt in die Adressleiste ein, about, Doppelpunkt, Preferences, Doppelpunkt. Dann werden die Einstellungen im Browser angezeigt, wo sonst die Webseiten angezeigt werden. Diesen Fall kann man auch zum Standard machen. Und zwar geht man zu den Einstellungen mittels about, Doppelpunkt, Config. Ja, ich werde vorsichtig sein. Sucht nach Browser, Doppelpunkt, Pre. Das sollte reichen. Und setzt hier Browser.browser.preferences.instant.apply auf True. Das ist hier schon der Fall. Und ebenso den Eintrag Browser.preferences.incontent. Ebenso auf True setzen. Doppelklick, sodass ein True erscheint. Okay. Und das war's auch schon. Und nun, wenn man jetzt ins Menü überarbeiten geht und auf den Eintrag Einstellungen klickt, werden die Einstellungen ebenso im Browser angezeigt. Das war User Power von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.